Kapitel 11 Ein Vergleich der Bibelübersetzungen Das, was ich hier behaupte, wirkt derart zerstörerisch auf die herkömmliche Daniel-Auslegung, dass ich meine Thesen nicht einfach nur postulieren darf, sondern sie handwerklich sauber argumentieren muss. Darum zeige ich im Folgenden einige Bibelübersetzungen und deren Vorgehensweise bei der Übersetzung von Daniel 9, Vers 25. Kapitel 11.1 Die neue evangelistische Übersetzung Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt folgendermaßen Du musst folgendes wissen und verstehen, vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten vergehen sieben Jahrwochen. 62 Jahrwochen wird es dann als wiederaufgebaute und befestigte Stadt bestehen bleiben, auch wenn es schwere Zeiten erleben muss. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt hier richtigerweise mit unbestimmten Artikeln, substantiviert aber unrichtigerweise das Adjektiv Gesalbt zu Gesalbter als einer eigenständigen Person, um so aus diesem Vers eine Prophetie auf Jesus Christus ableiten zu können. Hier ist offensichtlich der Wunsch Vater der Übersetzung. Auf der anderen Seite passt ihrer Meinung nach keiner der von ihr zitierten Berechnungsvorschläge mit dem Kommen Christi zusammen. Man findet hier also einerseits erste Ungereimtheiten zwischen dem Grundtext und der Übersetzung und andererseits das Eingeständnis, dass die bisher vorgeschlagenen Berechnungen offensichtlich nicht funktionieren, weil keine von ihnen vollständig mit dem Grundtext in Einklang steht. Nach sieben Jahrwochen wird in der neuen evangelistischen Übersetzung ein Punkt gesetzt. Damit berücksichtigt sie die masoretische Schreibweise und beendet den Satz dort, wo das hebräische Et nachsteht. So nimmt sie sich aber die Möglichkeit, bis ins Todesjahr Christi zu rechnen. Bei der Definition des Startpunktes der 70-Jahrwochen bietet die neue evangelistische Übersetzung ebenfalls keine eindeutige Lösung an, sondern zitiert in einer Fußnote drei Berechnungsansätze. Die neue evangelistische Übersetzung kennt also die exegetische Vielfalt, aber auch deren sämtliche Schwächen, sodass sie sich keiner so recht anschließen will. Das geht mir ebenso. Von den Berechnungen, die sie zitiert, führt keine zu einer befriedigenden Lösung. Einmal wird von 588 v. Chr. bis zum Edikt von Kyros gerechnet, also bis zu seinem Erlass, und nicht, wie der Engel sagt, bis zu seinem Kommen. Mit diesem Ansatz kommt man aber weder ins Sterbejahr noch ins Geburtsjahr Christi. Eine andere Variante unterstellt die Zeit Nehemias und das Jahr 441 als Startpunkt. Dann rechnet sie von dort aus 434 Jahre, also 62 Jahrwochen, bis ins Jahr 7 v. Chr., dem angeblichen Geburtsjahr Christi, das uns aber nicht bekannt ist. Das Ausgangsjahr 444 v. Chr. scheidet für die neue evangelistische Übersetzung gänzlich aus, weil das zu anderen Schwierigkeiten führe. Diese anderen Schwierigkeiten bestehen für die neue evangelistische Übersetzung darin, dass sie nach sieben Wochen einen Punkt setzt. Dann muss aber nach 49 Jahren, im Jahr 396 v. Chr. zwingend ein gesalbter Fürst kommen, was bekannterweise aber nicht geschehen ist. So drehen sich die von der neuen evangelistischen Übersetzung zitierten Berechnungsansätze im Kreis, ohne eine sinnvolle Lösung für den Beginn, den Verlauf und den Zielpunkt der 70 Jahrwochen anbieten zu können. Zusammenfassend kann man dem Ganzen entnehmen, dass der Verfasser der neuen evangelistischen Übersetzung, wie ich auch, die Berechnungen der zeitgenössischen Exegeseversuche als derart schwach ansieht, dass er keinem ihrer Vorschläge folgen will, selbst aber auch keine Lösung anbieten kann. Dennoch empfinde ich das Zugeben der Mängel in den aktuellen Exegeseversuchen zumindest als eine ehrliche und transparente Vorgehensweise. Das Taschub ordnet die Übersetzung dem Aufbau der Stadt Jerusalem zu, wieder aufgebaute Stadt, anstatt dem Daniel. Im Hebräischen steht hier Taschub nach allgemeiner Auffassung in der dritten Person feminin singular, sie wird zurückkehren. Jerusalem ist im Hebräischen ebenfalls feminin. Weil aber Jerusalem in Vers 25b nirgends erwähnt wird, übersetzt die neue evangelistische Übersetzung ersatzweise mit Stadt. Wird es dann als wiederaufgebaute und befestigte Stadt bestehen bleiben. Was aber eine sehr freie Übersetzung ist, denn die hebräischen Worte Platz und Graben werden überhaupt nicht übersetzt. Vielleicht hat diese Übersetzungsweise grammatische Gründe, weil Platz feminin und Graben maskulin ist und Taschub sich als maskulines Verb nicht auf beide gleichzeitig beziehen kann. Es scheint für mich so zu sein, denn manche Übersetzer versuchen, ihre Übersetzung damit zu verteidigen, dass sie darauf verweisen, dass zumindest Rechob, Platz, feminin sei. Aber Veharus, Graben, ist maskulin und es ist fraglich, ob eine Anwendung von Taschub auf Platz und Graben gleichzeitig im Hebräischen möglich ist. Ob das der Grund für die Auslassung der beiden Substantive durch eine sehr freie Übersetzung ist? Ein weiteres Übersetzungsproblem besteht darin, dass Taschub in seiner Imperfektform auch deshalb grammatisch nicht zu Platz und Graben passt, weil Bauen, wenn Nibneta, Imperfekt steht. Also passen auch die Tempi nicht zusammen. Wie schon gesagt, dürfte man auch mit Du wirst zurückkehren übersetzen, was alle Probleme lösen würde. Denn dann bezöge sich Taschub auf den Daniel, der mit seiner Berechnung erneut ins Jahr 605 v. Chr. zurückkehren soll. Taschub. Das wäre dann nicht nur eine Bestätigung für meine neuartige Berechnung, sondern er gäbe auch eine meines Erachtens sinnvolle Lösung, das hier ganz offensichtlich vorhandenen und nach wie vor ungelösten Dilemmas. Aber das übersteigt meine linguistischen Kenntnisse und müssen Sprachwissenschaftler klären. Kapitel 11.2 Die Matthew-Henry-Study-Bible Die Matthew-Henry-Study-Bible übersetzt wie folgt Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be seven weeks and threescore and two weeks the street shall be built again and the wall even in troublous times. Im Text der Matthew-Henry-Study-Bible wird Platz und Graben mit Straße und Mauer übersetzt. Das verwirrt. In diesem Abschnitt folge ich deshalb dem englischen Text der Matthew-Henry-Study-Bible, obwohl im Hebräischen Platz und Graben steht. Die Übersetzung von Graben und Mauer soll wahrscheinlich eine gedankliche Verbindung zum Erlass von Ataxerxes herstellen, der den Bau der Mauer befohlen hatte und von dem die Matthew-Henry-Study-Bible offensichtlich bis Christus rechnen möchte. Aber das geht deutlich über eine freie Übersetzung hinaus. Es ist eine sinnverändernde Übersetzung zugunsten der gängigen Exegese. Die Bibel verwendet den Text der King James Version. Hier wird ein gesalbter Fürst zu dem Messias substantiviert und mit bestimmtem Artikel versehen, der bekannterweise im Grundtext nicht vorhanden ist. Das ist ebenfalls eine deutlich sinnverändernde Übersetzung des Grundtextes, um die 70 Jahrwochen auf Christi kommen auslegen zu können. Um das Etnach ausreichend zu berücksichtigen, steht nach sieben Wochen ein Komma, das diese von den 62 Wochen trennt. Das Wort Tashub wird hier der Straße zugeordnet, nicht aber der Mauer. Dazu gleich mehr. In der Fußnote schreibt die Matthew-Henry-Study-Bible, dass es beim ersten Mal Jerusalem wieder bauen heißen muss und beim zweiten Mal Straße und Mauer sollen zurückkehren. Aber sollte es nicht eigentlich umgekehrt heißen? Jerusalem kehrte damals doch zurück, während Straße und Mauer erneut gebaut wurden. Und muss das Wort Schub nicht eigentlich beide Male das gleiche ausdrücken? In dem Fall ginge es beim ersten Mal um die Rückkehr Jerusalems, denn Jerusalem kehrte aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Aber dann hieße es auch, dass Straße und Mauer zurückkehren. Aber kehren Straßen und Mauern zurück? Wo waren sie denn hin? Die Frage klingt ungewollt spöttisch, aber sie soll verdeutlichen, dass die Formulierung nicht zu Straße und Mauer passt. Jerusalem kehrte damals tatsächlich zurück, nicht aber die Straßen und Mauern. Die wurden gebaut. Tatsächlich zurückkehren soll Daniel mit seiner Berechnung. Aber das haben wir ja schon ausführlich behandelt. Hochinteressant ist in dieser Übersetzung die Formulierung, die Straße soll wieder gebaut sein und die Mauer, wie wohl in kummervoller Zeit. Denn Mauer wird hier durch ein Komma abgetrennt und nachgestellt und steht nicht in Verbindung mit Straße und wieder gebaut. Denn Straße, wieder und soll gebaut sein, stehen alle im Feminin Singular. Diese bilden den ersten Teil des Übersetzensatzes. Während Mauer im Maskulin Singular steht und in der Übersetzung vom ersten Satzteil abgetrennt wird. Diese verschachtelte Satzkonstruktion lässt darauf schließen, dass sich Wider tatsächlich nicht auf Straße und Mauer gleichzeitig beziehen kann. Denn Tashub ist in der einen grammatisch möglichen Form feminin, dann passt es nicht zu Mauer, denn die ist im Hebräischen maskulin. Oder Tashub ist in der anderen grammatisch möglichen Form maskulin, dann passt es nicht zu Straße, denn die ist im Hebräischen feminin. Deshalb wird Mauer in dieser Übersetzung von den vorigen drei Wörtern Straße, wieder, gebaut, sogar mittels eines Kommas getrennt und steht wegen seiner abweichenden grammatischen Form nicht in Verbindung mit ihnen. Solche umständlichen Konstruktionen entstehen deshalb, weil Tashub, sie wird zurückkehren oder auch du wirst zurückkehren hier nicht hingehört. Außerdem steht Tashub hier im Singular sie wird zurückkehren oder du wirst zurückkehren. Es kann sich also nicht auf die Straße und Mauer gleichzeitig beziehen, denn dazu müsste Tashub im Plural stehen. Zudem passt Tashub auch noch aus einem anderen Grund nicht zu Venibneta und soll gebaut sein, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, denn der Satz nimmt dann einen ganz außerordentlich gekünstelten Satzbau an, den aber fast alle Bibelübersetzungen tunlichst verschweigen und oder zu verschleiern versuchen. Die Matthew-Henry-Study-Bible zeigt, wie sehr der Text zugunsten der Auslegungstradition geklittert wird. Das macht die Übersetzung und die Auslegung unnötig angreifbar. Kapitel 11.3 Die geschriebene Die geschriebene Bibelübersetzung ist in der theologischen Welt nicht unumstritten, was mir durchaus bewusst ist. Ich werbe hier auch nicht für die zitierten Bibeln, sondern ich zeige lediglich deren Vorgehensweisen bei der Übersetzung von Daniel 9, Vers 25, um die möglichen und erlaubten beziehungsweise verwendeten Übersetzungsvarianten zu zeigen und zu verstehen. Die geschriebene versucht, den hebräischen Satzbau möglichst originalgetreu abzubilden. Sie übersetzt Vers 25b so Wiederum wird und wird gebaut die Weitung. Die Weitung soll das hebräische Wort Platz wiedergeben und ist zugegebenermaßen eine gekünstelte und befremdliche Wortschöpfung. Aber es geht mir um etwas anderes. Ist das ein normaler und zu erwartender Satzbau? Wiederum wird und wird gebaut? Ich meine nicht. Die Übersetzung drückt aber genau das aus, was im Satzbau passiert, wenn Taschub unerlaubterweise auf Platz und Graben bezogen und exakt so übersetzt wird. Dann entsteht die Wortfolge, Wiederum wird und wird gebaut werden, was vollkommen unsinnig klingt und ist. Die allermeisten Bibelübersetzungen umgehen dieses sprachliche Ungetüm mit einer freien Übersetzung und verstecken es, indem sie Teile auslassen. So entsteht beim Durchschnittsleser kein Argwohn gegenüber den bisherigen Auslegungsvarianten. Gut, mag er sagen, es gibt unterschiedliche Lesarten und Auslegungen dazu. Aber dass das Dilemma derart riesig ist, vermutet niemand, denn tatsächlich wird der Text so lange geglättet, bis er für den Normalleser halbwegs geschmeidig klingt. Die Fachleute aber, die die Texte studiert haben und deren Grammatik sehr gut kennen, werden nicht geringe Magenschmerzen bei der Übersetzung haben, denn sie kennen das ganze Ausmaß des Dilemmas nur zu gut, wie wir jetzt schon an den wenigen bereits untersuchten Bibelübersetzungen nachvollziehen können. Und es wird noch gravierender. Ich zeige in der folgenden Abbildung zunächst am hebräischen Text die Satzkonstruktion. Wiederum wird ist unser Taschub. Das Und ist das sogenannte konjunktive Waf, das W. Wie schon gesagt, umschiffen die allermeisten Bibelübersetzungen diese Klippe und glätten den Satz, indem sie das Taschub an das Wort hergestellt anhängen und formulieren so und Platz und Graben werden wiederhergestellt. Was aber eigentlich keine handwerklich saubere Übersetzung ist, sondern den Text unerlaubt verändert, um das grammatische Problem zu übergehen. Einmal mehr drängt sich die Frage auf, ob Taschub tatsächlich zu Vers 25b gehört oder nicht besser dem Daniel in Vers 25a zuzuordnen ist, insbesondere dann, wenn es gewichtige inhaltliche, prophetische, historische, kontextuelle, mathematische und grammatische Gründe dafür gibt. Denn das, was hier an grammatischen Regeln übergangen und gebrochen wird, um den Text auf die jeweiligen Auslegungstraditionen anzupassen, ist himmelschreiend. Wo ist die Klarheit der Sprache? Wo der elegante Stil? Wo die Leichtigkeit in der Übersetzung und die handwerklich saubere Arbeitsweise? Die Geschriebene übersetzt nicht ganz ungeschickt bis zum Gesalbten, was den bestimmten Artikel beibehält und dennoch schwächt, ohne gleich gänzlich unbestimmt zu klingen. Dafür formuliert sie dem Herzog, was wiederum den bestimmten Artikel voranstellt. Allerdings werden sowohl zum als auch dem in der geschriebenen Kursiv dargestellt, was andeutet, dass beide Worte nicht im Grundtext stehen, sondern der Leserlichkeit halber vom Autor ergänzt wurden. Das ist meines Erachtens dem Leser und dem Text gegenüber fair. Das Etnach findet keine Berücksichtigung. Wie schon gesagt, entsteht durch die falsche Zuordnung von Taschub zu Vers 25b statt zu Vers 25a ein sperriger Satzbau, der dem Autor der Geschriebenen offensichtlich bekannt war, den er aber erfreulicherweise ungeglättet wiedergegeben hat. Das hilft uns sehr bei der Erarbeitung eines umfassenderen Gesamtbildes. Eigentlich müsste Vers 25b so übersetzt werden. Wiederum und wird gebaut Platz und Graben. Ein im Hebräischen und im Deutschen offensichtlich unsinniger und sperriger Satzbau, der allein durch die falsche Platzierung des Taschub verursacht wird. Die Geschriebene ist, wie schon gesagt, eine nicht ganz unumstrittene Übersetzung. Dennoch hilft sie bei der Analyse des Verses nicht unerheblich weiter, weil sie durch ihre versuchte Texttreue den ungelenken Satzbau, der durch die falsche Verortung des Taschub entsteht, sehr schön herausarbeitet und für den interessierten Leser nachvollziehbar macht. Kapitel 11.4 Die Neues Leben Bibel Die Neues Leben Bibel übersetzt so, Du sollst wissen und verstehen, von der Zeit an, da der Befehl an die Propheten erging, Jerusalem wieder aufzubauen, bis zur Ankunft eines von Gott erwählten Fürsten werden sieben Wochen vergehen. Während 62 Wochen wird man die Stadt neu erstehen lassen und ihre besonderen Plätze und Straßen wieder aufbauen. Aber es wird eine Zeit großer Bedrängnis sein. Die Neues Leben Bibel übersetzt Gesalbter Fürst mit einem von Gott erwählten Fürsten. Dadurch fällt die Betonung auf Fürsten, was die Assoziationen der Bezeichnung auf Christus schwächt. Das ist vor dem Hintergrund der vorherrschenden Auslegungstradition ungewöhnlich. Es wäre interessant zu erfahren, warum hier so übersetzt wurde. Sollte es nur die Leserlichkeit verbessern oder gab es andere Gründe? Das Etnach wird durch die Punktsetzung hinter sieben Wochen vergehen berücksichtigt, was eine Addition der sieben und 62 Wochen in dieser Übersetzungsvariante verunmöglicht. Das Taschub berücksichtigt die Übersetzung durch das Wort neu erstehen lassen. Zur Erinnerung, Taschub bedeutet sie wird zurückkehren oder du wirst zurückkehren. Man hat es halt, wahrscheinlich in Anlehnung an das erste Schub in Vers 25a passend gemacht. Straße und Platz hat man von dem neu erstehen lassen abgesetzt und nicht ganz unbegründet in einen eigenen Satzteil verschoben. Wahrscheinlich, weil hier Straße und Platz aus den oben beschriebenen Gründen nicht zu neu erstehen lassen passt. Man stößt also auch in der Übersetzung der Neues Leben Bibel wieder auf das gleiche, oben bereits ausführlich beschriebene Problem, was meine Kritik an den gängigen Übersetzungen belegt und erhärtet. Kapitel 11.5 Die Genfer Studienbibel Sie übersetzt so Der Befehl ist eigentlich ein Dabar, ein gesprochenes Wort, mehr nicht. In den Anmerkungen der Genfer Studienbibel berichtet diese sehr transparent über die unterschiedlichen Deutungen von Daniel 9. Vom Erlass des Befehls Der hebräische Ausdruck, der mit Befehl übersetzt wurde, kann auch einfach nur Wort bedeuten. Diese Doppeldeutigkeit hat Anlass zu zwei grundsätzlichen Deutungen für den Beginn der 70 Wochen gegeben. A. Einige Ausleger verstehen darunter die Anordnung, die von Atasaster I. im siebten Jahr seiner Regierung, das heißt 457 vor Christus erlassen wurde. Esra 7 Vers 12 bis 26 49 Jahre später, 408 vor Christus, waren die Straßen und die Mauer um Jerusalem fertiggestellt. Vers 25 b. B. Andere Kommentatoren setzen den Beginn der 70 Wochen in die Zeit der Voraussage Jeremias. Sein Wort im Jahr 587 vor Christus, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden würde. Jeremia 31 Vers 38 32 Vers 15 37 und 44 49 Jahre später wäre dann 538 vor Christus das Jahr, in dem Kyrus den Juden erlaubte, Jeremias Prophezeiung durch ihre Rückkehr nach Palästina zu erfüllen. Esra 1 Vers 1 bis 4 Die vorstehend abgebildete Anmerkung der Genfer Studienbibel erklärt die Gründe für die doch recht freie Übersetzung von Dabar, das mit Befehl übersetzt wurde. Sie gibt offen zu, dass so beim Leser, wie bei der Matthew-Henry-Study-Bibel auch, eine gedankliche Verbindung zum Erlass des Ataxerxes hergestellt werden soll. Man sieht also auch hier überdeutlich, dass in der Genfer Studienbibel der Vers 25 frei und zum Teil sogar sinnentstellend übersetzt wurde, um vorherrschende Auslegungstraditionen beibehalten zu können. Das wird im Fußnotentext sogar offen zugegeben. Die in der Fußnote aufgezeigten Berechnungen sind allerdings wenig hilfreich. Erstens gehen sie von einem Erlassjahr 457 v. Christus aus. Weiter wird auch hier unterstellt, dass nach 49 Jahren die Straßen und Mauern Jerusalems fertig gewesen sein, was der Engel aber nicht sagt. Er sagt vielmehr, dass nach sieben Wochen ein gesalbter Fürst kommt. Irgendwie machen das alle falsch. Zudem wird eine alternative Berechnungsmethode erwähnt, die aber fälschlicherweise von Jeremia 29, mithin also von 587 v. Christus ausgeht. Aber Jeremia 29 enthält keinerlei Jahresangabe für die Niederschrift des Kapitels oder das Datum des Briefes Jeremias an die Exzulanten, sodass gar kein Jahr für eine wie auch immer geartete Berechnung zur Verfügung steht. Nach Ablauf von 49 Jahren soll laut Fußnote Kyrus die Rückkehr erlaubt haben. Ein Ereignis, das der Engel aber nicht angekündigt hat. Denn nach 49 Jahren soll ein gesalbter Fürst kommen, anstatt ein Edikt zu erlassen. Die hilflosen Vermutungen über die Bedeutung von Vers 25 verwirren den Leser und lassen ihn mehr an der Glaubwürdigkeit des Bibelferses zweifeln, als dass sie ihm beim Verstehen des Verses helfen könnten. Das ist schade, zeigt aber einmal mehr die Unwissenheit und Hilflosigkeit der Übersetzer bei der Deutung von Daniel Vers 25. Bei näherer Beschäftigung mit dem Thema wird nunmehr deutlich, dass die gängigen Deutungen, nicht so zuverlässig sind, wie sie von den Auslegern oftmals vorgetragen werden. Was für ein ernüchterndes Ergebnis, das nicht dem Grundtext anzulassen ist, sondern den übermütigen Auslegern allein. Wenn schon mit ein Fürst übersetzt wird, statt der Fürst, warum wird dann nicht auch mit ein Gesalbter übersetzt, statt der Gesalbte? Das ist meines Erachtens keine konsistente Übersetzung, denn bei beiden Wörtern fehlt im Hebräischen der bestimmte Artikel. Das Ednach wird in der Genfer Studienbibel mit einem Semikolon berücksichtigt. So werden die 62 Wochen nicht nur von den sieben Wochen getrennt, sondern mehr noch, sie werden so vollständig auf die Fertigstellung der Straßen und Gräben bezogen, statt auf das Kommen eines gesalbten Fürsten. Damit wird allerdings eine Berechnung der 70 Jahrwochen auf Christus unmöglich, was mich zunächst nicht stört. Aber mit dieser Art der Formulierung kann man auch nicht auf Antiochus Epiphanes rechnen und das stört mich dann doch wieder. Der Grund für diese Übersetzungsvariante wird wird in der Fußnote so erklärt, dass man einfach nicht weiß, was der Text bedeutet. Die Fußnote lautet, die meisten Ausleger sehen die 70 Wochen als Symbol für 490 Jahre an. Anmerkung zu 9 Vers 21 bis 27 Diese sogenannten 70 Jahrwochen werden dann in drei Untereinheiten zu 49 Jahren 7 Wochen Vers 25 434 Jahren 62 Wochen Vers 26 und 7 Jahren eine Woche Vers 27 eingeteilt. Die Ausleger sind sich uneins, ob diese Untereinheiten als kontinuierliche Folge zu betrachten sind oder ob dazwischen Intervalle eingeschoben werden. Dass man die Bedeutung eines Verses nicht kennt, ist zunächst einmal ehrlich, aber es verunmöglicht auch eine gute Übersetzung. Damit ist es dann nicht nur erlaubt, sondern geradezu gefordert, diese und andere Übersetzungen kritisch zu hinterfragen, was im vorliegenden Buch geschieht. Zumindest wird hier offen eingeräumt, dass bezüglich der vorherrschenden Auslegungstradition Uneinigkeit unter den Auslegern herrscht. Das bestätigt meine hier dargestellte Sicht, denn die Auslegungstradition und auch die Übersetzungsvarianten haben ganz offensichtlich gravierende Mängel, die ausgemerzt werden könnten, wenn die wahre Bedeutung der Verse bekannt wäre. Der Wiederaufbau ist eine Zusammenfassung der hebräischen Worte Zurückführung und Aufbau. Es mag geschehen sein, um das zweite Schub auch als wiedergebaut übersetzen zu können, wie im ersten Teil des Verses. Dass das grammatisch allerdings nicht möglich ist, haben wir unter anderem schon in Kapitel 11, Vers 3 gesehen. Kapitel 11, Punkt 6, die Elberfelder Studienbibel Sie übersetzt In der Elberfelder Studienbibel wird, so wie der hebräische Text das vorgibt, ohne bestimmten Artikel übersetzt. Dafür wird der Gesalbte unzulässigerweise zu einem Gesalbten substantiviert, um eine Berechnung der 70 Jahrwochen bis zu Christus auch weiterhin möglich erscheinen zu lassen. Andererseits werden die 62 Jahrwochen mit einem Punkt von den 7 Jahrwochen getrennt, was eine Berechnung bis zu Christus nur möglich macht, wenn man den übersetzten Text dahingehend umdeutet. Das Etnach wird mit einem Punkt berücksichtigt, was die Zäsur gegenüber dem hebräisch- masoretischen Text noch verstärkt und, wie schon gesagt, eine Addition der 7 und der 62 Jahrwochen verhindert. Das Taschub findet sich auch hierin wiederhergestellt, was grammatikalisch nicht zulässig ist. Die Elberfelder Studienbibel stellt leider keine Erklärungen zu dem so prominenten Vers 25 zur Verfügung, denn Anmerkungen fehlen gänzlich. Aber vielleicht folgt ja noch eine kommentierte Ausgabe, was sehr erfreulich wäre. Ist es bei derart massiven Problemen bei der Übersetzungsarbeit von Daniel 9 Vers 25 nicht unbedingt angezeigt, zumindest einmal den Versuch zu unternehmen, Taschub in zweite Person maskulin singular dem Daniel zuzuordnen und die sich dann ergebende Satzkonstruktion ergebnisoffen zu diskutieren? Ich meine schon, vielleicht findet sich noch jemand, der sich dem Thema professioneller annimmt, als ich es kann. Kapitel 11 Punkt 7 Die neue Weltübersetzung Sie übersetzt so Und du solltest wissen und die Einsicht haben, dass es vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und wiederzubauen bis zu dem Messias, dem Führer sieben Wochen, ferner 62 Wochen sein werden. Sie wird wiederkehren und tatsächlich wiedergebaut werden, mit einem öffentlichen Platz und Graben, aber im Drange der Zeiten. Die neue Weltübersetzung ist die Bibel der Wachtturm Gesellschaft der Zeugen Jehovas, der ich unter anderem wegen ihrer Christologie kritisch gegenüberstehe. Ihre Übersetzung zeige ich dennoch aus den vorgenannten Gründen, denn sie ergänzt unser Gesamtbild und zeigt eine interessante und durchaus texttreue Übersetzungsvariante. Der Gesalbte wird auch hier substantiviert mit Messias übersetzt, wobei die bestimmten Artikel in Klammern gesetzt sind, weil im Hebräischen kein bestimmter Artikel vor Gesalbter steht. Das ist gut. Nach sieben Wochen wird ein Komma gesetzt, was der Bedeutung des Etnach nahe kommt. Taschub wird hier mit Sie wird wiederkehren übersetzt. Das ist eine fast wörtliche Anwendung von Taschub, was sonst keine Bibel so deutlich gemacht hat. Aber dann verwendet sie ein zusätzliches Wieder in tatsächlich wiedergebaut werden, das der hebräische Text nicht hat. Auch das tatsächlich sollte zumindest in Klammern stehen. Dennoch kommt diese Formulierung dem Taschub im Grundtext Sie wird zurückkehren oder auch Du wirst zurückkehren erfreulich nahe. Platz und Graben sind mit Singular richtig übersetzt. Die neue Welt Übersetzung wird wie gesagt von der Wachtturm Gesellschaft herausgegeben, einer Kirche, der ich unter anderem wegen ihrer unbiblischen Christologie kritisch gegenüberstehe, aber hier geht es ausschließlich um Linguistik und da mag sie auch mit aufgelistet sein. Und sie geht sehr gut mit dem Text um. Kapitel 11.8 Anmerkung Abschließend ist es mir wichtig festzustellen, dass ich mit der oben stehenden Auflistung keine Bibelübersetzung präferieren will. Es geht mir lediglich um eine vergleichende Übersicht. Alle Übersetzer mögen ihre Gründe für ihre Übersetzungsvarianten haben und es sei ihnen allen bester Wille bei ihrer Arbeit unterstellt. Vor dem Hintergrund der hier vorgestellten neuen Berechnung der 70 Jahrwochen jedoch wird deutlich, wo die Schwachpunkte der jeweiligen Varianten liegen und wie schwierig es ist, den Text zu greifen, wenn eine handwerklich saubere Berechnung der 70 Jahrwochen nicht bekannt ist. Kapitel 12 Die Begründung des Startpunktes Den Erlass des Ataxerxes als Startpunkt zu nehmen, um die Stadt Jerusalem zurückzubringen und wiederzubauen, Daniel 9 Vers 25, macht keinen Sinn, denn zu dieser Zeit, im Jahr 445 vor Christus, war Jerusalem schon seit fast 100 Jahren wieder besiedelt, weil die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft größtenteils bereits im Jahr 535 vor Christus unter Kyrus erfolgt war. Auch sagt Daniel 9 Vers 25 nicht, dass die Stadtmauer wieder errichtet sein müsse, sondern lediglich Platz und Graben. Der Erlass des Ataxerxes bezog sich aber nicht darauf, Jerusalem wieder zurückzuführen und zu bauen, sondern lediglich auf die Reparatur der teilweise dann niederliegenden Stadtmauer. Das ist wichtig. Kapitel 12 Punkt 1 Die Mauer Manche Bibelübersetzungen übersetzen Vöharus, Graben oder Stadtgraben sogar mit Mauer. Das ist absolut nicht mehr nachvollziehbar, mag aber ebenfalls dem Umstand geschuldet sein, eine gedankliche Beziehung zum Erlass des Ataxerxes herzustellen, der den Bau der Mauer beauftragte. Aber das hebräische Wort bedeutet eigentlich nicht Mauer, sondern Grab oder Begräbnisstätte oder einfach nur Graben. Einmal mehr wird deutlich, wie sehr die Übersetzungen der Auslegungstradition unterliegen beziehungsweise unterworfen werden. Kapitel 13 Zwei vorrangige Lesarten Bezüglich der 7 und 62 Wochen existieren im Wesentlichen zwei Übersetzungsvarianten. Ich zitiere ersatzweise für andere Übersetzungen die beiden aktuellen Übersetzungen der Elberfelder Bibel, die Brockhaus-Variante und die Hüggeswagen-Variante. Die Elberfelder Bibel nach Brockhaus. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Elberfelder Übersetzung in der Edition CSV-Hüggeswagen Die Elberfelder Übersetzung Brockhaus fügt nach sieben Wochen einen Punkt ein, um den Masoreten gerecht zu werden. Die Elberfelder Übersetzung Hüggeswagen hingegen fasst sieben und 62 Wochen innerhalb eines Satzes zusammen, um der Auslegungstradition zu folgen. Die Brockhaus-Variante versucht eng am Text zu bleiben und irgendwie auch das mittelalterlich masoretische Etnach zu berücksichtigen. Dann funktioniert aber die landläufige Berechnung der ersten 69 Jahrwochen bis auf Christus nicht ohne weiteres. Die Hüggeswagen-Variante setzt die übliche Berechnung der ersten 69 Jahrwochen bis auf Christus als gegebene Tatsache voraus, was meines Erachtens nicht der richtige Ansatz ist, weil die Übersetzung hierdurch unnötig beeinflusst wird, und passt die Übersetzungsweise an diese Auslegungstradition an. Dann muss der Text aber in wesentlichen Teilen auf das gewünschte Ergebnis abgeändert werden. Beide Vorgehensweisen führen also zu keinem befriedigenden Ergebnis. Meines Erachtens müssen die Worte des Engels aber ganz ungezwungen zu einem sinnvollen Ergebnis führen und zumindest und zumindest ohne Umrechnung von Jahren in Tage funktionieren. Das ist dann der Fall, wenn man voraussetzt, dass die ersten sieben und die 62 Jahrwochen vom gleichen Datum aus starten. Dann müsste Daniel 9 Vers 25 wie folgt übersetzt werden. So wisse und verstehe, vom Ausgang des Wortes Jerusalem zurückzuführen und zu bauen, bis auf einen gesalbten Herrscher sind es zum einen sieben Wochen und zum anderen 62 Wochen, mit denen du wiederum zum Ausgehen des Wortes zurückgehen musst. Und Platz und Graben werden gebaut werden, wie wohl im Bedrängnis der Zeit. Diese Übersetzung ist zulässig und sinnvoll, wie oben gezeigt wurde. Zudem belässt sie drei Fristen, wie der Engel sie vorgibt. Sie startet mit einem Befehl Gottes, in Jeremia 25, einem göttlichen Wort, das an Jeremia geschieht. Sie startet nicht mit dem Erlass eines heidnischen Königs. Sie führt sowohl zu Kyrus, der nachweislich ein gesalbter Gottes war, Jesaja 45 Vers 1, als auch zu Antiochus Epiphanes, der unbestritten die Hauptperson in der Daniel-Prophetie ist. Sie benötigt keine Umrechnung von Jahren in Tage, um zu funktionieren, und so weiter. Die eigentliche Botschaft des Engels war also der Gestalt, dass er Daniel zeigte, dass diese beiden politischen Großmächte, der endzeitliche Perser, der Iran, und der endzeitliche Antiochus Epiphanes, der Antichrist, Israel und die umliegenden Länder verwüsten werden, wobei der Antichrist zusätzlich den Gräuel der Verwüstung anrichten wird. Diese Verwüstungen sagte der Engel in seiner Botschaft voraus. Er will, dass Daniel einmal bis zu Kyros rechnet, denn der soll in der Endzeit wiederkommen. Und er will, dass Daniel noch einmal bis zu Antiochus Epiphanes rechnet, denn der soll ebenfalls in der Endzeit wiederkommen. Beide Figuren fasst er in Vers 25 zusammen. Es ist also unerheblich, ob die 67 Wochen in einem Satz stehen oder durch Komma, Semikolon oder gar Punkt voneinander getrennt werden. Denn alle diese Übersetzungsvarianten lassen die hier gezeigte Deutung zu. Und die hier gezeigte Deutung lässt alle diese Übersetzungsvarianten zu. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Argument. Kapitel 14 Zusammenfassung Bei eingehender Untersuchung des Bibeltextes entsteht vor unseren Augen ein komplett neues Bild von Daniel 9. Die sieben und die 62 Wochen müssen vom gleichen Datum gerechnet werden und treffen sogleich zwei wichtige politische Exponenten in der biblischen Heilsgeschichte, Kyros und Antiochus Epiphanes. Dies wurde von mir bislang lediglich durch Berechnungen aus dem Bibeltext abgeleitet und argumentiert. Jetzt aber kann gezeigt werden, dass auch der Bibeltext selbst wortwörtlich darauf verweist, dass die 62 Jahrwochen erneut und wiederholt vom gleichen Ausgangsdatum aus zu berechnen sind, wie die ersten sieben Jahrwochen, nämlich vom Jahr 605 vor Christus. Das ist ein sehr wichtiges und hocherfreuliches Ergebnis, denn der Text selbst bestätigt offensichtlich die hier entwickelte neue Berechnungsweise und erhärtet deren Zuverlässigkeit nochmals. Wenn man bis auf Christus rechnen will, darf man nicht so übersetzen, wie der Grundtext das vorgibt. Wenn man so übersetzt, wie der Grundtext es vorgibt, kann man nicht bis Christus rechnen. Dann muss eine andere Berechnung gefunden werden und eine solche wurde hier vorgestellt. Abschließend darf ich anmerken, dass das vorliegende Büchlein zum Wichtigsten gehört, was ich in der Bibel finden und aufschreiben durfte, nach dem, was von Jesus Christus geschrieben steht und ich glauben durfte. Kapitel 15 Disclaimer Ich möchte abschließend darauf hinweisen, dass ich über so gut wie keine maßgeblichen Hebräischkenntnisse verfüge. Ich muss mich daher auf das fachmännische Urteil Dritter, beziehungsweise auf Bücher, Lexika und Übersetzungssoftware verlassen. Dass ich dennoch ein solches Büchlein wie dieses hier veröffentliche, mag auf manchen restlos überheblich wirken. Aber selbst meine rudimentären Kenntnisse genügen offensichtlich, um das bereits gefundene hinreichend genau mit dem Grundtext abzugleichen und dort zu identifizieren, dass meine Berechnungen stimmen und vom Text abgedeckt sind. Mir ist wichtig, deutlich zu machen, was genau ich hier tue und was nicht. Zunächst muss klar sein, dass ich nicht übersetze. Ich untersuche lediglich im Grundtext die grammatischen Konstruktionen. Kasus, Numerus, Genus, Tempus etc. Vor diesem Hintergrund vergleiche ich anschließend mehrere Bibelübersetzungen und kläre dort, welche Übersetzungsvarianten existieren. Dabei untersuche ich, ob die von mir favorisierte Übersetzung und Zuordnung von Taschub möglich ist. Eine derartige Vorgehensweise ist erlaubt, selbst wenn man des Hebräischen nicht mächtig ist. Alles, was ich hier aufgeschrieben habe, habe ich nach bestem Wissen und Gewissen geprüft und dem Leser alle meine Quellen offengelegt. Dennoch sind meine Feststellungen zum Hebräischen Laienhaft und können eine eigene Nachprüfung nicht ersetzen. Alles weitere müssen Linguisten und Fachleute untersuchen und erforschen, über deren Unterstützung ich mich sehr freuen würde. Der Text hat es verdient, von den Besten ihrer Zunft professionell bearbeitet zu werden. Ich bin überzeugt, dass sie im Wesentlichen zu keinem anderen Ergebnis kommen werden. Wurmberg im Februar 2023, der Autor Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat es Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wieder vergolten? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Römer 11, Vers 33 folgende Herrin Schü alumnus Römer 12, Vers 66 Vielen Dank.